Bei Let's Dance 2024 läuft es für Detlef D. Sost und Ekaterina Leonova eigentlich gut, entschied sie sich letzte Woche dazu, ihn auszuschließen, aus gutem Grund. Seit Maria Maxina gemeinsam mit Tanzpartner Stefano Zarella bei Let's Dance 2024 ausgeschieden ist, hat sie wieder mehr Zeit für ihre Busenfreundin Ekaterina Leonova. Die Profitänzerinnen sind seit Jahren gut befreundet, verbringen ihre spärliche Freizeit gerne gemeinsam. Viel davon steht derzeit nicht zur Verfügung, denn Ekaterina Leonova ist in der 17. Staffel der RTL-Show noch immer im Rennen und hat, stand jetzt, sogar gute Chancen auf den Sieg. Nach erster Zehn-Punkte-Wertung von Jambi, Ekaterina Leonova kritisiert Detlef D. Sost, gemeinsam mit Tanzpartner Detlef D. Sost lieferte sie in Live-Show 7 Uhr morgens, vorletzten Freitag, eine beeindruckende Performance ab. Das Duo konnte mit ihrer Rumba sogar Jury-Muffe Joachim Jambi für sich gewinnen. Das war Sex pur, Leute. Das ist das, was ich mir unter einer Rumba mit Mann und Frau auf der Fläche vorstelle, schwärmte der sonst so strenge Experte, zückte sogar die 10-Punkte-Kelle. Kurios, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, sonst eher wohlwollend eingestellt, rangen sich nur 8 Punkte ab. Beim Gesamtergebnis für Show 7 schob sich das Tanzpaar dennoch an die Spitze, landete bei einer summierten Wertung von 61 und 9 starken Punkten. Schlechter lief es am vergangenen Freitag, denn hier drohte Ekaterin und Sost sogar die Eliminierung. Stattdessen flogen Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin raus. Deshalb will Ekater Detlef in ihrer Insta-Story blockieren. Vor Show 8 sah die Sache noch anders aus. Ekaterina Leonovas strenges Trainingsprogramm, das ihr den Spitznamen, General, einbrachte, schien sich ausgezahlt zu haben. Mit Schüler Detlef, der eigentlich selbst professioneller Tänzer ist, war sie in den ersten Wochen von Let's Dance 2024, nämlich weniger zufrieden, ein Zustand, der sich nach und nach verbesserte. Um ihn in seine Schranken zu weisen und ihm zu verdeutlichen, wie viel er noch zu lernen hat, verpasste Ekater ihrem Promi schon vor Wochen den Spitznamen, der Kleine, dabei ist Sost mit 1,90 Meter, rund 16 Zentimetern größer als Ekaterina Leonova. Während es in der RTL-Show in Show 7 besser lief, gab es eine interessante Entwicklung auf Instagram. Hier zeigte sich Ekaterina Leonovas am Wochenende des 20. und 21. April, nämlich mit Maria Maxina, sprach mit ihr auch über Detlef D. Sost's Entwicklung. Ich muss sagen, der Kleine wird zum Großen, fand Maria dabei anerkennende Worte. Ekaterina Leonovas sieht die Sache aber ein wenig anders. Ne, 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 das ist noch nicht gut, so ihr strenges Urteil. Damit der Schüler keinen Höhenflug bekommt, kündigte die Profitänzerin an, ihn zu blockieren, damit er Maxinas Lob nicht hört. Oh, da müssen wir ihn jetzt, aus der Story, ausschließen, dass er das nicht hört. Kann man das ausschließen, oder? Man muss ihn einschränken, verkündete sie, gab dann aber doch zu. Die Geburtstagsfeier, von Sost's Tochter Chani, die am Wochenende 18 wurde, habe ihm, ein bisschen Power gegeben. Let's Dance 2024, neues Special in Live Show 9. Bei den Magic Moments muss es wieder klappen. Das ist gut, denn in Live Show 9 wartet eine neue Herausforderung auf die Teilnehmer. Innen und ihre Profis. Nach dem Disco Fox Marathon und den Jury Teamtänzen stehen in Live Show 9 nämlich die sogenannten Magic Moments auf dem Programm. Die letzten sechs Tanzpaare werden am 3. Mai etwas sehr Persönliches preisgeben, denn in dem Special geht es um die ganz private Reise der Promis. Dabei kann auch ein Schicksalsschlag thematisiert werden. In Show 9 rauszufliegen, wäre also besonders hart, denn vorab machen die Kandidatinnen und Kandidaten einen Seelenstrip. Fest steht, Detlef D. Sost muss an der Seite von Ekaterina Leonova wieder alles geben, denn der Fall von Show 7 zu Show 8 war nicht ohne. Können die beiden zu ihrer vorherigen Top-Form zurückkehren? Wir erfahren es am 3. Mai.